I have a dream! Hallo, ihr da draußen. Ich heiße Laura und ich hab so eine Idee und vielleicht macht ihr bei der Idee mit. Ich habe Beaver Bunch geguckt. Hey everyone, I'm Jess, your host for Monday is on the Beaver Bunch. And this week, we're talking about sex. Ich hab gedacht, das könnte doch wirklich was auch für das deutsche Publikum sein. Und außerdem haben wir nicht die selben Probleme wie die Amerikaner. Bye guys. Ja, Leute, hier geht's ganz schlecht. Warum? Hm. Um unseren Gayblog steht es sehr, sehr, sehr schlecht. Ich habe zwar eine Menge Befürworter, nur diese ganzen Unterstützer bringen ja nichts, wenn wir keine Moderatoren haben. Also, es ist mein letzter Aufruf. Also ja, ich wollte einfach mal zeigen, wieso der Stand der Dinge ist. Aber das Projekt ist bald degradend. Und das wäre sehr, sehr schade. JJ, ich hatte mal einen WGeneral. Und ich habe mal alles rausgekommen. Hallo, ich bin Laura. Hallöchen, alleine hier. Herzlich willkommen zu unserer ersten Videoblog-Botschaft. Hallo. 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 Ich bin der Donnerstag. Mein Name ist Amy. Manch einer kennt mich vielleicht schon aus einem anderen Video von YouTube. Muss ich das mal hier klein gucken? Herzlich willkommen. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Mit vollem Mund. Aber ich tue es jetzt. Zeig auf die Regeln. Ich sag raus, aber schnell. Schwule und Lesben. Schwule und Lesben. Lesben und Schwule. Ein Community oder hier zwei Geschreibegruppen. Fangen wir an eben Klischees über Lesben. ein bisschen durch. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. leider etwas traurigeren Nachricht. Ich schaffe es aus zeitlichen Gründen nicht, jeden Donnerstag zu posten. Hey, ich habe auch eine positive Nachricht. Wir haben ein neues Mitglied für den Freitag, das ist die Dunja. Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video auf dem Rosy-Nosy-Kanal. Mein Name ist Dunja. Und da ich nur noch als halbwertiges Mitglied zähle, suchen wir auch Ersatz oder Verstärkung, nein wir suchen keinen Ersatz, wir suchen Verstärkung für den Samstag und den Sonntag. Ich bin der Thomas, natürlich nur in Anführungsstrichen, denn ich bin ja kein Mann, sondern eine Frau. Ich bin der Thomas, natürlich nur in Anführungsstrichen, denn ich bin der Thomas, natürlich nur in Anführungsstrichen, denn ich bin ja kein Mann, sondern eine Frau. Du hast gegeben dis Geld, du hast gegeben, ist jeden Namen ein Mann. Hallo und Jobiland, wie immer die Typen? Ja, ja das mag ich schon immer wieder erst z dale weinen, weil du du hastickt, und das ist sehr, sehr wichtig, und manchmal hast du nicht einmal das Bett frisch angezogen. Oh nein, ich hab ja gerne gehabt, ich habe geleden wie ein Hund, und du gest�urt hast ich. Ich hab' nicht gehabt, so gern, und es mir nicht zeigt, ob es ihr geht. Ich weiß, ich bin irgendjemand in den Draht. Ich bin glücklich, wenn ich immer noch nicht auf dich stehe. Jetzt hab' nicht immer schlimmer als Geld, wo ich dich gern hatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017